Heute gibt es wieder drei Begriffe, die vor allem neue Rocket-Dick-Spieler nicht unbedingt kennen, wie zum Beispiel die Rule 1, wenn du aus Versehen gegen deinen Gegner fährst und ihr mit dem Gas aufeinander drauf fahrt und einfach nicht auf den Fleck kommt, dann spricht man von einer Rule 1. Ein 50 ist eigentlich jeder Kickoff und zwar, wenn man auf einen Ball drauf fährt und beide den Ball berühren wollen, dann spricht man von einem 50, also eine 50-prozentige Chance, dass der Ball zu dir kommt oder eben nicht zu dir kommt. Beide gehen auf den Ball und der Ball wird wahllos irgendwo hingespielt, aber natürlich ist ein 50 nicht Glückssache, ein 50 kann auch kalkuliert sein, wie zum Beispiel hier, ich fake ihn mehrere Male, um einen 50 anzudeuten, aber deswegen lässt er den Ball eben jetzt for free für mich und ich kann den Ball reinmachen. Und ein Ghost-Hit ist, wenn der Pink schlecht ist und man somit nicht synchron mit dem Server ist, dann toucht man einen Ball eventuell und der glitscht kurz nach vorne, aber dann doch wieder zurück. Möchtest du weitere Begriffe wissen, dann schreib sie jetzt in die Kommentare.